The Power of the Darkseid Und das liegt eben daran, dass ich eben dieses neue Mikro habe und mit dem Abmischen noch mächtig Probleme habe und ich euch aber, ich habe Content aufgenommen und ich habe guten Content aufgenommen und weil ich aber wie gesagt mit dem Abmischen noch zunehmend Probleme habe, sag ich mal, will ich den Content nicht verwerfen, dafür ist er zu gut und deswegen gibt es jetzt eben nachkommentierte Folge. Aber ich denke, das wird zu verschmerzen sein, das wird wirklich zu verschmerzen sein, also hier haben wir, ich bin ja jetzt Level 50, wie ihr seht, wir haben natürlich nicht mehr das Feeling wie beim normalen Kommentar, aber dafür einen Tick professioneller, ich denke, das ist für den einen oder anderen ist es nicht so schön, aber für meine Seite ist es auf jeden Fall auch mal was, denn Content kann man nicht einfach wegwerfen und es sind an die 10 Folgen, die ich voraufgenommen habe, da muss man sich auch fragen, wie kommt er auf die Idee, er weiß nicht, wie sein Mikrofon ist, und funktioniert, probiert es 10.000 Mal und produziert dann am Stück irgendwie 5 Folgen und dann muss er alle 5 Folgen wegwerfen, na gut, ich hatte eben eine Woche frei und in dieser Woche habe ich sehr sehr viel Content eigentlich aufgenommen, aber jeder Content ist Müll, nicht der Content ist Müll, sondern meine Abmischung ist Müll, jetzt hätte man zum Beispiel den Schuss, wäre lauter gewesen als meine Stimme und das werde ich natürlich ihr verhindern, ihr hört jetzt ja gar keine Musik und ich werde entsprechend natürlich auch im Hintergrund lustige Musik einblenden, denn ich habe auch ab und zu immer mal Musik, währenddessen werde ich ein bisschen über Star Wars Battlefront und über mein Mikrofon reden, ähm, first of all ist my microphone, ähm, ja, ihr seht es, während ich eigentlich ganz gut bin, ähm, die A17 gerade gekillt, ich habe hier mein Mikrofon vor mir, ich sitze jetzt gerade ziemlich aufrecht, ähm, vor meinem röde NT1A, das, äh, oder röde NT1A, die meisten werden das nicht kennen, Leute, die es kennen, das freut mich umso mehr, denn ich finde immer, man sollte immer über so etwas informiert sein und für jeden, der YouTube schaut, muss ein bisschen Ahnung von dem YouTube haben, natürlich haben es die wenigsten, äh, aber, äh, naja, ähm, es, und zwar habe ich eben ein röde NT1A, das ist ein Großmembrankondensatormikrofon, das heißt also, das, äh, ist eine Groß, ist also Groß, große Membran, heißt in dem Fall quasi großes Aufnahmefeld, so, Vorteil ist natürlich Vocals, Vocals heißt Akustik, sowas wie ich gerade aber auch, ähm, eigentlich ist ein Großmembraner eher so für Songs gedacht, damit wir sowas schön einfangen, aber eben auch für Vocals, natürlich sind da die Röhrenmikrofone noch besser, aber Röhrenmikrofone sind dann doch deutliche Preisklassen drüber, und, ähm, ja, das, äh, ist dann, kann man, ist dann irgendwann, im gewissen Punkt nicht mehr zu vertreten, von der Preisklasse her einfach, und ich würde, da, ähm, dass die Kosten dann 3000 Euro, da ist natürlich Müll, das Röhrenmikrofone kostet, äh, an die 130 Euro, äh, Single in Single Version aktuell, würde ich jetzt mal schätzen, ist schon sehr lange auf dem Markt, für, ähm, die deutsche Marktwirtschaft, sag ich mal, an die 10 Jahre, wenn man bedenkt, dass es immer noch seit 10 Jahren das führende Modell ist, dann denke ich, habe ich auch hier in was richtiges investiert, denn, einige würden sagen, warum investierst du in alten Scheiß, zum einen, Rode hat seit 10 Jahren dieses geniale Mikrofon, meiner Meinung nach, auf den Markt gebracht, und es ist seit 10 Jahren doch unangefochten die Nummer 1, sag ich mal, nicht unangefochten, aber, äh, die Bewertungen sprechen, eine relativ deutliche Sprache, und, ähm, warum sollte es in den nächsten 10 Jahren was kommen, warum sollte sich da groß was entwickeln, und selbst wenn, bin ich mit diesem Mikrofon ja nicht schlecht ausgestattet, ne, also ich hatte ja davor das Samsung Meteor Mic, das ist, naja, war eigentlich nix halbes und nix ganzes, aber das hatte ich mir schon gekauft, da war ich 13, und, ja, ähm, da wusste ich eben noch nix von der Materie, äh, wer sagt, dass ich jetzt was weiß, ähm, gleichzeitig ist es auch für mich jetzt hier ein Test, ich setze nämlich jetzt vor dem Millennium MS-200 bereitziehen, und, ähm, äh, mit der Deluxe-Spinne SM-6, das ist, ähm, ich setze jetzt nämlich hier vor einem Popschutz, und ich werde den Popschutz mal eben entfernen, jetzt werdet ihr sehen, wie es ohne Popschutz klingt, und ihr werdet schon sehen, alle Pops und, äh, lause explodieren sozusagen, und das sieht man doch relativ deutlich in meinem Set, und wir haben P, und jetzt sage ich mit Popschutz P, und das ist schon eine ganz andere Sache, P, 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 man hört es zwar immer noch, P, 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 das ist eben das Großmembran, also Großmembran, Großmembran hier, da ist, die Membran ist oben und unten, da streiche ich gerade lang, ähm, ist aus Metall, ähm, und es ist eben eine, äh, Mikrofonspinne darauf, die ist, äh, die hält das Mikrofon sozusagen an Gummiseilen, sieht eben aus wie eine Spinne, und dadurch werden eben solche im Gegenmus-Geräusche wie, einfach gefiltert, oder, das müsste man ein bisschen hören, aber wirklich gering, und gleichzeitig besitzt es Nieren-Charakteristik dieses Mikrofon, also es ist kein Review über das Rote, Rote Entrens A, aber muss dann eben Content, äh, äh, auch was zu sabbeln bringen, und, ähm, gleichzeitig werde ich aber auch noch über den, äh, letzten Spieltag, äh, der Bundesliga philosophieren, denn, ähm, der ist auf jeden Fall höchst spannend, meiner Meinung nach, auch wenn, äh, ist in Richtung oben Titelkampf, äh, leider nicht aus meiner Seite, aus meiner Sicht, aber es gibt auch ein relativ deutliches, bloß für den FC Bayern München, und, ähm, äh, dazu noch jetzt zum Mikrofon zu sagen ist, wie gesagt, äh, man hat ja, ähm, hier jetzt, ich habe jetzt das Rote Entrens A mit dem speziellen Mikrofon, äh, Mikrofonanschluss angeschlossen, und habe über einen sogenannten B-Ringer S, äh, Q802 USB, habe ich mein Mischpult, das ist mein Mischpult, das hat zum einen den Vorteil, dass es eben Mischpult-Funktion hat, also Equalizer mit, oh, intelligenten Kill, das, äh, war auf jeden Fall ein sehr guter Spiel zu, äh, sehr gutes Spiel von meiner Seite, durch den, äh, Equalizer kann es eben basige Töne verstärken, ich verstärke jetzt einmal nicht mehr die basigen Töne und schalte die einmal aus, und jetzt hört ihr mich schon ganz anders, vielleicht etwas natureller, das ist hier im Selbstüberlasten, jetzt werde ich etwas höher klingen, und, äh, jetzt höre ich mich schon echt verrückt an, während ich jetzt, äh, wenn ich das wieder runterdrehe, die mittleren Töne schalte ich jetzt ein, das hört sich einfach totaler Quark an, wie so ein Telefon, und, äh, ich werde wieder die basigen etwas höher drehen, denn, äh, das mag ich doch am liebsten, und so sind auch die Radio-Fritzen drauf, ähm, sie stellen einfach ihre Stimme basig hoch, dann habe ich natürlich durch den Leveler, ich stelle mal eben das Mikrofon, alle Leute, die jetzt per Kopfhörer an, bitte nicht explodieren, denn es klingt jetzt sehr, sehr laut, und das werde ich natürlich aber wieder verhindern, oh, dann habe ich eben durch die, durch das USB die Möglichkeit, das an den PC anzuschließen, und wie ich es jetzt tue, ähm, äh, als quasi Audio-Interface, Audio-Interface ist gleich quasi XLR, also der Mikrofonanschluss zu USB, da habe ich quasi diese zwei Möglichkeiten, oder ich gehe eben in Mischpult-Funktion an sämtliche Geräte, ich habe alle möglichen, äh, Möglichkeiten, ich kann an jeden, an jedes Gerät gehen, das eben die 3,5, 3,5 oder 6,35 Millimeter Klinker hat, und an jedes USB-Gerät, also es ist echt alles möglich, wenn das Gerät selber dann mitmacht, das muss man leider noch dazu sagen, also, die meisten Geräte, was weiß ich, wenn ich das an Pimlin-Lautsprecher, was weiß ich, äh, was haben wir denn, äh, Bruse Soundlink Mini macht das natürlich mit, ähm, was es allerdings nicht mitmacht, es ist ja alles, äh, 6,35 Millimeter Klinker und, und ich sehe gerade, es ist schon vorbei, und es geht dann im nächsten Part, den ich direkt im Anschluss hochladen werde, geht es dann um die Bundesliga-Spekulation und auch ein bisschen um, ja, äh, das, äh, ja, das Mikrofon, ich sage bis zum nächsten Mal, bis dann Leute, ciao.